Wer in der österreichischen Nationalmannschaft spielt, das hängt unter anderem von der österreichischen Staatsbürgerschaft ab. Schauen wir uns die Nationalelf an, auf die wir dieser Tage so stolz sind und beantworten wir gemeinsam die Frage, was ist ein echter Österreicher? Donnerst dort ihr hier mit einem Kommentar zum Staatsbürgerschaftsrecht. Gleich vorab, ich plane hier in Zukunft Kommentare zu Dingen zu posten, die mich interessieren. Wenn euch das Video gefällt, klickt doch den Like-Button und abonnieren, damit ihr in Zukunft keine Videos mehr verpasst. Die Europameisterschaft zeigt uns freudvolle, dramatische und historische Momente. Sie beweist uns auch eindrucksvoll, dass sie nicht völlig losgelöst von politischen Sphären stattfinden kann. Das musste nicht zuletzt ich als angehende Schiptarskumaiko gleich zu Beginn der EM mitbekommen. Es gibt verschiedene Wege, Österreicherin zu werden, aber nur einer davon ist der natürlicher, dass man sozusagen ein Natural Born Österreicher ist oder eine Natural Born Österreicherin. Alle anderen Wege sind an eine Reihe von Anforderungen geknüpft. Die Dauer des Aufenthalts, das Einkommen, die sprachlichen Kenntnisse und andere Dinge. Dem voraus muss immer ein Antrag gehen, den man selbst an die Behörde stellen muss. Die SPÖ hat einen Reformvorschlag präsentiert, der das Staatsbürgerschaftsrecht modernisieren soll. Gefordert wird, neben diversen bürokratischen Erleichterungen, zum Beispiel bei der Antragstellung oder bei den Behörden wegen, auch, dass die Aufenthaltsdauer von 10 auf 6 Jahre gesenkt wird, so wie es nämlich schon in Österreich vor ungefähr 20 Jahren der Fall war. Aber Achtung, 6 Jahre durchgehender legaler Aufenthalt in Österreich bedeuten nicht, dass am Tag des 6. Jubiläums die Staatsbürgerschaft in das Postfach geflattert kommt. Nein, es muss noch immer ein Antrag gestellt werden und es müssen ein Haufen anderer Kriterien erfüllt sein. Es handelt sich also nicht um eine sogenannte Ipso-Jure-Bestimmung. Fun Fact, das österreichische Recht kannte zu Zeiten der Monarchie einige Ipso-Jure-Bestimmungen bei der Einbürgerung. Ipso-Jure bedeutet, dass ohne weiteres Zutun der Betroffenen die Staatsbürgerschaft per Amts wegen von der Behörde verliehen werden kann. Zum Beispiel bekam man bei Eintritt in den öffentlichen Dienst stillschweigend die österreichische Staatsbürgerschaft oder wenn man ein inländisches Gewerbe anmeldete. Oder aber auch nach 10 Jahren Aufenthalt in Österreich. Oft wurde damals auch die Staatsbürgerschaft nach 10 Jahren auch gegen den Willen der Eingebürgerten verliehen. Wir haben also gelernt, dass das österreichische Staatsbürgerschaftsrecht heute restriktiver ist, als es noch vor 150 Jahren der Fall war. Aber nicht nur das. Es gibt kaum ein anderes europäisches Land, das es seinen Menschen so schwer macht, Staatsbürger oder Staatsbürgerin zu werden. Sechs Jahre legaler Aufenthalt sind übrigens, was die meisten europäischen Länder als Mindestkriterium für einen erfolgreichen Einbürgerungsprozess fordern. Wirklich revolutionär ist also an dieser Forderung der SPÖ nichts. Was den Vorschlag der SPÖ so spannend macht, ist eine Prinzipienfrage. Es soll nämlich das bedingte Bodenrecht eingeführt werden, das sogenannte Jus Soli. Kommen wir also zurück zu der Frage, wer ist natürlich geborene Österreicherin, gebürtiger Österreicher? Im Moment wird nur jene Person als Österreicher geboren, dessen Vater oder Mutter bereits Österreicherin oder Österreicher ist. Das juristische Prinzip dahinter nennt sich Jus Sanguinis, das Recht des Blutes oder Abstammungsprinzip. Nichts ist so zufällig für ein Kind wie Ort und Zeit seiner Geburt und die Person der Mutter und des Vaters. Und trotzdem brauchen wir als Gesellschaft Anhaltspunkte, um eine Staatsbürgerschaft auch ohne Antrag automatisch vergeben zu können. Stellt euch vor, was los wäre, wenn alle Babys Anträge stellen müssten oder womöglich noch Aufnahmeverfahren durchlaufen müssten. Das wäre bürokratischer Selbstmord aus Sicht des Staates, der ja durchaus ein Interesse daran hat, dass sein Staatsvolk auch natürlich gebildet wird. Das sind jetzt schon sehr viele Fakten, die ich genannt habe und weil ich möchte, dass ihr meinen Aussagen vertrauen könnt, werde ich so gut es geht alle Aussagen mit Quellen stützen, die ich euch in der Beschreibung unten noch einmal verlinke. Es macht also schon Sinn, dass wir Natural Born Citizens haben, natürlich geborene, gebürtige Österreicher und Österreicherinnen. Die Frage, die wir uns stellen müssen ist, wollen wir das weiterhin nur an der Person der Mutter und des Vaters festmachen oder gestehen wir dem Baby zu, dass es zur richtigen Zeit am richtigen Ort das Licht der Welt erblickt hat? Immerhin zwei Faktoren, die hier zusammenspielen müssen, was gar nicht so einfach ist, wie viele Songs, Bücher und Filme vermuten lassen. Zumindest scheint einen das Leben öfter dafür zu bestrafen, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein, als dafür zu belohnen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Historisch betrachtet folgte das Blutrecht, das Jus Sanguinis, einem noch strengeren Prinzip, nämlich dem Prinzip der Vaterfolge. Patrilinearität findet man auch heute noch in vielen Ländern und auch in unserer Gesellschaft sind Überreste dieses Prinzips noch immer zu finden. Zum Beispiel beim Familiennamen, wenn der Nachname des Vaters immer noch als Familienname gewählt wird. Patrilinear ist sogar die Zusammensetzung unserer Nachnamen oder war es früher. Das erkennt man an den Endungen ER, Witsch und Son. Sigurdsson bedeutet demnach der Sohn des Sigurd und Petrovic der Sohn des Peters. Patrilinear ist das Erbrecht, wenn der Vater nur an den Sohn vererbt. Zum Beispiel bei einer Thronfolge, wie man es heute noch in manchen Monarchien kennt, wenn nur der Sohn die Krone erben kann, nicht aber die Prinzessin. Zum Beispiel ist in Großbritannien die Tochter von Prinz William die erste Prinzessin, die nicht mehr von ihrem jüngeren Bruder in der Thronfolge eingeholt werden kann. Patrilinearität gibt es auch in vielen Kulturen noch, wenn es um die Vererbung des Bauernhofs geht, wenn nur ein Sohn den Bauernhof erben soll, nicht aber eine Tochter. Wer von 1985 in den Niederlanden geboren wurde, bekam die Staatsbürgerschaft ausschließlich vom Vater. Nur unehelich geborene Kinder konnten die Staatsbürgerschaft auch durch die Mutter erlangen. Im Jahr 2019 waren es immer noch 42 der insgesamt 203 Länder der Welt, die es ihren Frauen nicht in demselben Ausmaß ermöglichen, die Staatsbürgerschaft an die Kinder weiterzugeben. Zumindest in dem Ausmaß, wie es ihren Landsmännern möglich ist. In manchen Ländern ist es sogar so restriktiv, dass die Kinder von nicht-Staatsangehörigen Vätern staatenlos bleiben im eigenen Land. Diesem Prinzip folgend dürfte Marko Arnautovic nicht für Österreich spielen, weil es seine Mutter Österreicherin ist, sein Vater Serbe. In einer patrilinearen Parallelwelt also stünde womöglich Serbien im Achtelfinale gegen Italien. Aber heißt das jetzt, dass jeder, der in Österreich geboren wird, automatisch die Staatsbürgerschaft bekommen soll? Nein. Der Vorschlag der SPÖ sieht ein bedingtes Jus Soli vor. Das bedeutet, dass ein in Österreich geborenes Kind nur dann die Staatsbürgerschaft bekommt, wenn zumindest ein Elternteil einen rechtmäßigen, legalen Aufenthalt von mindestens fünf Jahren vorweisen kann. In Europa gibt es überhaupt nur das bedingte Jus Soli. Sprich, zum Geburtsort und der Zeit kommt ein Faktor oder gleich mehrere Faktoren hinzu, wie zum Beispiel die Dauer des Aufenthalts der Eltern oder sogar des Kindes. Übrigens kennt das österreichische Rechtssystem auch das Geburtsortsprinzip, das Jus Soli, aus dem Heimatrecht. Das Heimatrecht gab es in der Monarchie. Es war eng verzahnt mit dem Staatsbürgerschaftsrecht und sollte eine Person vor der Ausweisung aus der eigenen Heimatgemeinde bewahren. Das Heimatrecht bekam, wer in der Gemeinde geboren war oder wer länger als zehn Jahre in der Gemeinde wohnte. Kommen wir nun zu der etwas emotionaleren Frage. Was ist Heimat? Als meine Familie die österreichische Staatsbürgerschaft erhielt, das war im Jahr 2002, durften wir zum allerersten Mal in den Kosovo fahren, in das Land, in dem ich geboren wurde. Damals war ich 13 Jahre alt. Von diesem Zeitpunkt an fuhren wir jeden Sommer in den Kosovo. Und jeden Sommer bei der Rückkehr, bei der Fahrt über die Grenze zu Österreich erkannte mein Hirn die Verkehrsschilder wieder oder die Leitplanke und ich behaupte sogar, dass die Art, wie in Österreich die Straßen markiert werden, für mein Hirn einen Wiedererkennungswert hat. Ich stelle mir manchmal vor, dass es bei einem Förster ähnlich ist, der in seinen Waldabschnitt zurückkehrt. Ich nehme an, dass dieser seinen Waldabschnitt auch an der Art der Rinde seiner Bäume oder an den Abständen der Baumstämme wiedererkennen würde. Ja, womöglich fühlt es sich für ihn sogar so an, als würden die Spatzen von den Baumkronen pfeifen, dass er jetzt in seinem Waldabschnitt angekommen ist. Heimat, das können Menschen sein. Heimat ist aber auch ein Ort, den wir kennen. Es sind Gerüche, die wir kennen und Klänge, die wir kennen. Und wenn es nun so ist, dass einem alles an diesem Ort sagt, dass man hier zu Hause ist, wieso kann es einem die Politik nicht auch endlich sagen? Meine Eltern sind im September 1991 nach Österreich gekommen. Da war ich fast drei Jahre alt. Mittlerweile bin ich seit 30 Jahren in Österreich und freue mich, dass ich schon mit 13 zur Österreicherin wurde und wir damals als Familie nicht so hohe Hürden nehmen mussten, wie es heute für viele der Fall ist. Wie ist das bei euch? Wurdet ihr als Österreicherin oder Österreicher geboren? Oder seid ihr es erst später im Leben geworden? Oder wartet ihr womöglich darauf, bis ihr den Antrag stellen könnt oder schon vielleicht auf den Bescheid? Teilt eure Geschichte in der Kommentarspalte da unten. Ich bitte euch um eine respektvolle Unterhaltung. Vergesst nicht, dann ein Like da zu lassen. Bis zum nächsten Mal. Eure Dornas dortieren.